Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Super Mario World. Jetzt gibt es wieder Stuff von dem Herr Adi-Check-Check oder mehr oder weniger. Und zwar, ich habe mich wieder entschlossen wieder Videos zu machen oder... Ja, fängt gut an. Oder eher, habe ich ein paar bessere oder ja, etwas verbessert. Und zwar ist mir gar nicht aufgefallen, dass meine Mikrofon irgendwie nicht gerade besonders schön sich anhört, weil es nur aus einer Seite rauskommt. Wem das nicht aufgefallen ist, guckt euch mal die älteren Videos an. Da habe ich anscheinend nur Mono aufgenommen. Naja, ich denke es ist jetzt Stereo, wenn es nicht der Fall sein sollte, tut mir das leid. Und ich habe jetzt versucht ein bisschen die Quali hochzuschrauben, dass das halt jetzt echt nicht extrem scheiße aussieht wie vorher. Ja, ich rede mit dir, Render-Programm, also das hier unerkannt bleiben möchte. Aber, okay. Ich hoffe, das sollte jetzt von der Quali her so etwas gehen. Sollte es nicht der Fall sein, dann tut mir das echt leid, aber mehr kann ich auch nicht tun momentan. Demzufolge würde ich einfach mal den Punkt abhaken, wobei ich keine Videos gemacht habe, sollte jetzt klar sein. Ich meine, wenn ihr die zwei Gründe habt, dann wollt ihr wahrscheinlich auch nichts aufnehmen. Das ist doch nur... Bäh, irgendwie. Das guckt sich doch niemand an. Nun denn, nun denn. Kommt wie versprochen Super Mario World wieder. Denn irgendwie muss es ja weitergehen. Ich kann ja nicht jetzt die ganze Zeit hier mal nichts machen und meinen Kanal einfach verstauben lassen. Das wäre ja auch nicht der Sinn und Zweck der Sache. Da müsste ich ja wenigstens sagen, dass ich offiziell keine Videos mache. Aber so ist es nicht, so ist es nicht. Ich habe ja wenigstens versucht, noch etwas hochzuladen. Wie zum Beispiel Smash Bros. Der eine oder andere hat es gesehen, der eine oder andere nicht. Das ist natürlich klar. Und... Aber ich dachte mir halt, besser du lädst irgendwas hoch. Okay, das klingt jetzt irgendwie doof. Besser du lädst etwas hoch, anstatt gar nichts. Weil... Keine Ahnung. Weil gar nichts kommt irgendwie ein bisschen komisch rüber, wenn drei Monate lang... Ne lange Zeit. Nichts kommt. Aber... Nichtsdestotrotz kommt das... Nächste... Oh mein Gott, ich muss mich beeilen. Das ist nämlich so eine Sache von dem Level. Das ist nicht sehr geil. Denn ihr müsst das Ding hier... Oh mein Gott. Hab's geschafft, okay. Ihr müsst das Ding da steuern. Und zwar mit der gleichen Steuerung, wie ihr Mario steuert. Das ist echt nicht einfach. Ich würde euch einfach mal einen Tipp geben. Benutzt erst den P-Switch und danach drückt die Box. Dann seht ihr das wenigstens so... Dass das so braune Kästchen sind und... Halt keine Münzen. Das ist nicht so verwirrend, würde ich jetzt behaupten. Und ihr könnt ja versuchen schon von vornherein darauf zu sein, weil... Ich glaube, das macht es einfacher, als von unten zu raten, wann halt oben das Ding angekommen ist. Oder... Was weiß ich. Der normale Ausgang befindet sich genau hier in der dritten Tür. Das ist nicht sehr schwer zu übersehen. Ähm... Was in der nächsten Zeit bald rauskommt. Und das wäre... Das Spiel... Der Mario Maker. Was ist der Mario Maker? Okay, das war eine dumme Frage. Also... Der Mario Maker ist, wie der Name schon sagt... Ein Mario Spiel, womit du... Eigene Levels bauen kannst. Halt also deine eigenen. Wow. Hätte nicht gedacht, dass ich jetzt... Hier durchkomme und das... Der Satz, den ich gerade gesprochen habe, klang echt doof. Aber okay. Ähm... Wie gesagt, man kann halt... Seine eigenen Mario Levels machen, zwischen den klassischen Super Mario Bros. Steel... Oder den... Äh... Super Mario Bros. Steel, den ich besonders cool finde. Also ist nur ein Gerücht oder so. Oh nein, das war nicht gut. Oh... Wo es geht... Nein, das war nicht gut. Dann geht's noch den New Super Mario Bros. Steel und... Den Super Mario Bros. 3 Steel. Den finde ich auch nicht schlecht. Aber irgendwie... Keine Ahnung warum. New Super Mario Bros. ist jetzt nicht unbedingt mein Fall. Das ist ein Spiel, das ist da. Es ist nicht schlecht, aber es ist jetzt nicht unbedingt das, was ich spielen wollte gerne. Auf jeden Fall bin ich richtig gehypt auf dieses Spiel. Und ich werde natürlich auch meine eigenen Levels offiziell stellen. Wird sich bloß fragen, wer spielt die Level überhaupt? Naja, vielleicht werden es ein paar Level... Also ein paar Spieler spielen. Vielleicht auch wieder nicht. Ich hoffe es doch. Und ich werde... Oh nein. Ja. Ich werde... Auf jeden Fall öfters den Super Mario Bros. Steel wählen, weil... Sei mir ehrlich... Das ist einfach für mich... Boah. Von mir aus das... Der beste Grafik-Set-Stil. Auch wenn ich ihn nicht gleich von vornherein benutzen kann. Weil wie ich gesehen habe und gehört habe, da kann man... Den erst freischalten nach einer bestimmten Anzahl von Tagen. Also, Entschuldigung für den Spoiler, aber... Ich glaube, das ist für den einen oder anderen eh egal. Hauptsache man hat das dann. Ja. Genau wie der Yoshi, der war auch egal. Den hätten wir jetzt eigentlich gebraucht. Aber wir können... Haben ja noch eine zweite Chance. Wir haben ja immer noch einen versucht. Weil wir das Level zweimal machen müssen. Wer hätte es gedacht. Wie gesagt, demnächst kommt am September halt der Mario Maker. Und... Was mich auch sehr... Also, was ich echt cool finde an dem Mario Maker auch, ist, dass man halt... Seine Amiibos benutzen kann. Ja. Richtig. Deine Amiibos. Die echt schweineviel Geld kosten. Aber so haben sie wenigstens wieder einen Nutzen. Denn du kannst die halt... Aber leider nur in den Super Mario Bros. Stil halt verwenden. Und... Die sind dann so eine Art Pixel... Deutsche Pixel Sprites wie Mario. Ja, ich glaube, ihr wisst, was ich meine, oder? Wenn nicht, dann... Vielleicht verlinke ich ein Bild in der Beschreibung. Ja, genau. So. Naja, momentan haben eh meine Amiibos keinen Zweck. Die stehen auch nur da. Okay, was heißt nur da? Klar, ich benutze die schon, aber leider halt nur für Smash. Momentan habe ich keinen anderen Sinn darin gefunden, die zu benutzen. Muss ich leider auch mal sagen. Also, es gibt echt nicht viele Spiele, womit du halt mit den Amiibos was machen kannst. Hm, das war jetzt nicht gut. Mach ich... Töte ich mich jetzt einfach? Ja, komm. Ich töte mich, weil... Es hat keinen Sinn, irgendwie jetzt nochmal das Level zu spielen. Seien wir ehrlich, ihr würdet... Moment mal. Ich hätte auch einfach... Start und... Select drücken können. Dann wäre ich sowieso wieder zurückgekommen. Aber okay. Daran habe ich nicht gedacht. Tut mir leid. Und... Ja. Dann haben halt meine Amiibos wieder einen Nutzen. Weil ich habe echt zehn Stück von denen gekauft. Ich weiß jetzt nachhinein gar nicht, ob es das wert war. Im Prinzip eigentlich schon, aber... Ja. Wie gesagt. Ist so dumm, dass ich jetzt keine Fehler mehr habe. Ja, okay, den... Obwohl, ich kann es essen. Okay, hier bleib mal einfach stehen, weil das riski ich jetzt nicht. Das ist mir zu risky. Okay, jetzt habe ich eine Fehler wenigstens. Jetzt müsste das ein bisschen einfacher sein. Mehr oder weniger. Weil im Prinzip ist das ja gar nicht so einfach. Oh nein. War es das? War es das? Nein, das war es noch gar nicht. Bin ich dumm? Bitte, bitte, bitte. Okay, S10, S10. Jetzt war es das, oder? Huh. Naja. Der Tod war sowieso jetzt nur gewollt, also... Muss halt. Dann mache ich jetzt die Festungen. Huh, freue ich mich. Ja, ich mache erst mal die Burg hier. Ich weiß nicht. Die spricht mich gerade ein bisschen mehr an. Ach, stimmt ja, da war ja ein Haken. Der Yoshi Terminator darf ja gar nicht mit. Ähm... Ich weiß nicht, ob ich das will. Kann ich nicht einfach hochfliegen? Ne, wahrscheinlich nicht. Hm? Das Level ist... Oh, oh. Habe ich mich jetzt... Nein. Ich bin noch gerettet. Ähm, was sollte das jetzt? Hallo? Kommst du wieder hoch? Das verwirrt mich jetzt ein bisschen. Kann mich gar nicht an dieses Level erinnern. Hm. Egal. Egal. Anscheinend ist das Ding jetzt hiermit hochgekommen, also... Da bin ich ja wenigstens glücklich. Ich bin mal glücklich, wow. Wer war hier überhaupt der Boss? Ja, okay. Eigentlich eher einfach zu beantworten. Ein Cooperling. Oh nein, was war das denn jetzt? Entschuldigung. Ich habe es halt gerade gar nicht gesehen. Mein Bildschirm ist einfach so. Mir nicht sehen, nichts ausgegangen. Daran denke ich nie. Huh, das war echt knapp. Ich hätte jetzt gedacht, ich sterbe da durch. Naja, wie gesagt. Es wird wahrscheinlich ein Cooperling sein. Ich glaube, ein anderer Boss gibt es sowieso hier nicht den Super Mario World. Außer den Reznorz und Bowser. Okay. Ich nehme alles zurück. Den Geist gibt es noch. Ach nee, Kamek, ey. Ich mag nicht Kamek. Genau deswegen mag dich niemand Kamek. Weil du nur nervst. Lol. Ich mag dich immer noch nicht. Boah, Alter, nervt der. Der nervt ja richtig. Danke. Das ist mir jetzt mein Leben gegen den Boss hier. Obwohl, ich wollte gerade sagen, schwerer Master. Aber jetzt habe ich noch eine Feder bekommen. Also, ich will nicht sagen, es sind halt nicht schwer die Bosse, ne. Aber es ist jetzt nicht so, als würde ich sagen, ja, die sind jetzt auch extrem einfach. Das heißt, es ist immer gut die Möglichkeit, dass du irgendwie, ja, richtig dumm verkackst und halt gegen dich springst. Und sie halt nicht triffst. Deswegen immer zur Sicherheit einen Pilz haben. Das kann ich euch als guten Tipp geben. Gut. Oh cool, eine neue Szene. Was passiert dieses Mal? Ich bin so gespannt. Ach. Vor allem hast du Power-Kräfte, Mario. Warst du etwa öfters bei McFit oder was? Guck mal, der Mario ist auch schon ein lustiger, ey. Er erzählt mir gar nicht, was er bis jetzt gemacht hat. Warum konntest du den Koopaling jetzt nicht einfach instant rausboxen mit so einem Falkenpunch oder sowas? Ja. Verstehe ich nicht. So, ich glaube, das ist das letzte Level jetzt, wenn mich das jetzt nicht ganz täuscht. Danach gehen wir zur Special World. Äh, ich meinte Sternenwelt. Bin ich dumm. Ja, dann, ich glaube, nach diesem Level wird erstmal wieder eine kleine Pause eingenommen, weil, ich glaube, die Sternenwelt mache ich in einen extra Part. Also, was heißt extra Part? Ich mache die halt in einen einzelnen Part. Oh mein Gott. Die kommen ja übel schnell runter. Damit das noch ein bisschen die Länge raussträgt. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Das erschreckt einen immer wieder. Das ist lustig. Ha. Ha. Mir gefällt die ganze Sache hier nicht, worauf sie hinaufsauchen soll. Wenn das... Nein. Ja, genau deswegen. Vielleicht sollte ich nicht mit der Feder durch. Naja, egal. Wir haben noch Zeit. Also von daher. Ich versuche mal irgendwie ein Pilz zu kommen, wenn es hier einen gibt. Ich habe... Hä? Wow, kommt die echt langsam runter am Anfang. Kann man einfach durchlaufen. Na, die Feder mag ich jetzt nicht so unbedingt in diesem Level. Muss ich echt gestehen. Boah, genau deswegen. Oh mein Gott. Hör auf, Mario. Backt dich hier wieder tausend Mal Rome. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Wow, wieso komme ich jetzt hier schneller durch als vorher? Ja, das ist ein Pilz. Den würde ich mitnehmen. Wohl, selbst den würde ich gar nicht haben. Am nächsten würde ich das Level klein machen. Aber du kannst halt so leicht sterben. Das ist halt der Nachteil. Oh mein Gott. Okay. Gut. Also ich war kurz vorm Ende. Ist auch wieder schön, das mal zu erfahren. Ja. Reznor. Ich hab dich auch lieb. Jetzt ganz ehrlich, ich hab dich lieb, Reznor. Und das waren die Reznor's wieder. Und das war auch von... Ja. Das war's auch von diesem Part. Ich hoffe, er hat euch gefallen. Abonnieren wär schön. Liken, disliken. Je nach Bedarf. Und ich freu mich, wenn ihr wieder nächstes Mal einschaltet. Bis dann. Und ciao.